Hallo, schön, dass ihr da seid. Es geht weiter mit Oberflächenspannung. Geh noch direkt rein. Let's go. Oh oh. Oh nö, ein Heli. Renne um dein Leben, Gordon Freeman. Lauf. Die Tür geht nicht auf. Shit. Missed. Ehm. Okay. Oh Gott, hier sind Aliens drin, oh Gott, hier sind Aliens drin, oh Gott, hier sind Aliens drin. Hier irgendwo? Ein Schalter oder so? Ja. Und jetzt? Gott, der ist immer noch da. Nee. Yes. Einmal Luft holen, kurz. Ja, ja, ich weiß. Schnell Luft holen. Nee, ach nö, das geht zu. Och Mann, ey, das ist voll die miese Nummer hier alles. Ähm, okay. Okay, 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 okay. Es geht voran. Jetzt höre ich den Heli wie, ne? Bisschen Heilung. Okay, der Heli ist hinter uns her. Uh, wird das Ding Munition bekommen. High Voltage. Oh no! Shit. Heilung. Und dann will ich auf jeden Fall da drüben, da war nämlich was Leckeres. Da war nämlich was Leckeres. Komme ich auch von hier hin, oder? Mit so ein bisschen Anlauf so und hopp. Jawohl. Let's go. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh weg, geh weg. Ich will nix von dir. Okay, hier geht's lang. Ja, ja, ihr seid, ist wurscht, ist wurscht. Oh Gott. Kannst du nicht mitkommen, bitte? Ah, es explodiert alles. Oh, der Heli ist wieder da. Wieder kein Leben mehr. Nee. Was ist das? Stormdrain Hedge. Keine Ahnung. Oh. Miese Nummer da hinten. Das ist ja eine fiese Geschichte. Ich will da hin. Ich will die Heilung haben. Ich brauche die Heilung. Danke. Oh, dieser dumme Heli. Stormdrain Hedge. Bin ich an irgendeinem Baum vorbeigelaufen? Ah, hier lang. Oh je. Oh je. Minen. Gibt es hier auch noch Minen? Ihr wollt mich doch verarschen. Nein. Ich glaube, ich speichere hier kurz. Und dann rennen wir einfach mal drauf zu. Yo. Ha. Gut. Eine der besagten Minen. Okay. Wie ist das hier gedacht? Nee, Heli. Nee. Nein. Nicht in die Minen. Nicht in die Minen. Aua. Ja. Ja. Nein. Doch. Oh Gott. Nein. Ah. Ha. Das ist seltsam. Gut. Jetzt muss ich erstmal den Weg finden, der hier der richtige ist. Ich hätte schon gerne auch da hinten links hingegangen. Und dann laufe ich in die Mine rein. Da ist ein bisschen Heilung. Ob sich das deswegen lohnt? Muss ich hier auswendig lernen, wo Minen sind oder was? Nee. Das kann ja gar nicht sein. Ach du Scheiße. So ein Ding. Nee. Ach ja. Dass ich die nochmal wieder sehe, hätte ich auch nicht gedacht. Kannst du bitte nicht? Kannst du woanders hinfliegen, bitte? Ah. Warum bleibe ich hier an irgendwelchen Dingern hängen, ey? Nee, aber genau da drüben ist das, wo ich hin will. Ah. Ein HP. Ein HP. Hier hat sich überhaupt nichts gelohnt. Überhaupt nicht hat sich das gelohnt. Ich gehe da nicht hin, ey. Das lohnt sich in keinster Weise. Ich will einfach nur da oben rein oder so. Was? Das ist doch Scheiße hier. Ah. Ich versuche da hinten nochmal an die Heilung ranzukommen, weil ich hier gerade durchlaufen konnte. Okay. Lauf, 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 lauf. Der raucht. Kann man sich tatsächlich durch Minen durchschleichen? Das ist ja super. Lieber Heli, ich wäre dir dankbar, wenn du dich hier einfach verziehen würdest. Dass man hier auch an jeder zweiten Ecke hängen bleibt. Versuche ich das aufzusprengen? Ja, ne? Am besten. Und rein da. Ach, je. Der Heli ist immer noch hinter mir her. Was zum Teufel? Oh, nö. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Da sitzt einer unter mir. Na gut, alles klar. Also, ich kann auf jeden Fall das Geschütz und den einen Boy... Gut. One-Shot. Bin ich voll damit einverstanden. Oh, no, 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 no. Ich will hier jetzt nicht sterben. Muss ich da lang? Ach, ja, nee. Drei Schuss aus der Shotgun braucht der, ne? Ja, Arschgeige. Hm, scheiße, ja. Dort habe ich mir schon gedacht, dass das... Es wäre schön, wenn ich die Laufgeschwindigkeit verringern könnte irgendwie. Dass man langsamer läuft, einfach standardmäßig. Was ja aber nicht geht. Weil er einfach so schnell ist. Gordon Freeman ist ein Athlet. Ein richtig heftiger Boy. Oh! So, kann ich dich... Also als Sprungbrett kann man die schon mal nicht nehmen. Oder Auffall, Auffangen. Wie viel Schaden man hier nimmt, ist einfach... Ist auch so krass. Du kannst auch nichts dagegen machen. Weil die Instants sehen die einen. Und er wirft eine Granate in meine Richtung. Du kleine Ratte. Oh no, oh no, oh no, oh no. Und dort. Und... Oh no, oh no, oh no. Wo bleibe ich hier dran hängen? Wo? Warum? Die ganze Zeit muss man Shift drücken Wo bleibe ich hier dran hängen? Ich will das nochmal da drüben probieren, aber diesmal speichere ich vorher Das ist so eine Ecke, an der man hängen bleibt Bei so einem Level echt nicht cool Hm Moment Save Game Save Und hopp Ja Das lief besser Ist hier irgendwas noch? Ne Ist ja sonst nix Deswegen wegen 15 Leben bin ich jetzt hier lang Und gestorben Da kann ich drauf pfeifen Ganz ehrlich Den Stress Das brauche ich mir nicht antun Okay Nee Nee Oh, okay, na gut. Was ist mit ihm passiert? Er ist weg. Okay, jetzt kommt hier noch eine Sprungpassage. Ganz schön wild hier. Dann sprintet er, obwohl ich Shift gedrückt halte, die Leiter nach oben, als würde sein Leben davon abhängen. Oh! Mann! Schon wieder erschreckt, ey. Ich dachte, das wäre ein Shooter und kein Horrorspiel. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist ein Panzer, da steht ein Panzer Oh Mann ey Mal versuch Okay Na gut, anders Also erstmal hier rauf Den abknallen Oh, hier fallen Granaten rein Gut, das muss schneller gehen Ah 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 Das war's für heute. Ah! 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 Wieso kommst du denn hier jetzt runter? Ja, genau. Ganz kurz. Okay. Gut, das hat funktioniert. Kommt der jetzt hier runter? Entschuldigung. Wollte am Handy was wegdrücken. Okay. 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 Hey. Das ich an so einem Schmu scheitere. Endgegnerleiter, Endgegnerleiter. Endgegnerleiter, lass mich hier runter Oh Gott No Wo geht das hier hin? Da hoch Das Problem ist, da oben sind ja auch Boys Oh 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 Huh. Aua. Hier ist doch schon mal einer irgendwie. Da war doch schon mal einer in so einem Loch drin, dachte ich, dass die da die Leitern auch mal runterkommen, aber anscheinend nicht so. Gleich zwei von euch. Hallöchen. Okay, ich denke... Ah. Yes. geschafft Nein, jetzt haben sie mich gesehen hier, oder wie? Ah, ich hatte gehofft, ich kann den vielleicht von hinten erschrecken, oder so. Nee. Keine Ahnung, was sich an, was sich hier hängen bleibt. Ja. 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 die luft also ich weiß nicht ich glaube der stirbt hier schon durch das teil spätestens wenn seine kumpels kann hatten nach ihm werfen ist tot okay alles so still hier darf ich einfach geduckt hochlaufen das geht das ist voll ätzend hier ist es ich will kämpfen und nicht nicht hier so blöde rumschleichen das nervt voll und gegen headshots hilfen halt helfen anscheinend auch wirklich gar nicht die steuerung macht mich kaputt in diesem spiel da nicht die steuerung das was warum bleibe ich ja ist klar da Komm, bitte habt ihr euch einfach Gegenseitig gerade ermordet Bitte ermordet euch weiterhin gegenseitig Da habe ich echt Das ist voll okay Endgegnerleiter besiegt mich schon wieder Einer von den Roboter-Boys ist noch am Leben, glaube ich Ah, finally Echt jetzt? Oh, wow Wie viel hält denn der aus? Danke Haha, okay Nein, er hat eine Kanade geschissen Oh Okay Okay Gut Okay Wo geht es hier weiter, Leute? Wo geht es hier weiter? Nee, was bist du denn? Okay Okay So Ja, hab ich mir schon fast gedacht, dass es hier lang weiter geht. Einfach gnadenlos reingehalten. Yes, Sir. Gut, mir geht es schon wieder besser. Wait, mir geht es gar nicht lang? Lol, das war nur Bonus. Okay. Geht es hier lang? Nee, muss schon da lang gehen. Ah, das Tor geht auf, okay. Ich habe doch hier schon wieder gefährliche Sachen gehört. Was soll das? Ey, Minen. Könnt ihr bitte auch mal auf die Minen drauf treten? Hier geht es noch voll ab, ey. Was zum Teufel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter. Ja, gern. Was? Ich will dir helfen, aber... Hä? 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 Oh, 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 oh. Okay. Ähm. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wo es weitergeht, ehrlich gesagt. Ich werde sicherlich nicht durch die Minen laufen. Kannst du voll knicken, ey. Okay. Okay. Das komme ich da nicht rein, weil das Ding blockiert ist. Aber da habe ich doch schon eine Granate hingeworfen. Hmm. 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 Also. Hä? Ach so. Moment. Erst speichern. Erst speichern. Gut. So nicht. So. So. Ei, 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 ei. Äh. Hahaha. Als ob. Ach, come on. Ah. 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 So. 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 Und ich kann mich hier unten treffen. wirklich okay vielleicht doch mal bei der anderen seite gucken was da noch geht bei den minen hier komme ich nicht durch aber von hier aus kann ich vielleicht kann ich nicht da kriegst du halt eine kleine atomrakete okay du willst es ja nicht anders na bitte also hier sind keine minen oder wie ach das ding okay 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 gut wir müssen hier jetzt jetzt ist glaubt der moment da hat auch nichts mehr blau geleuchtet gerade und ich sterbe trotzdem an der ganzen nummer voll mies gut wie weit das rüber zieht ach den kann ich nicht kaputt machen den einen konnte ich kaputt machen und den nicht aber hat funktioniert anscheinend hat gereicht und jetzt seltsames level hier guck mal da ist das loch die nerven verloren ich werde hier ganz einfach warten bis die katastrophe vorüber ist seien sie vorsichtig sehr sehr der ist ja geil nichts spannendes doch mist mist ist ja 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 Okay. Was war das denn jetzt? Die ganze Basis geht in die Luft. Hahaha, okay. Hier geht es wohl ausschließlich um Vermeidung von Explosionen, habe ich das Gefühl. Aha. Hier warst du explodiert. Okay. Also keine Unfolge hergesehenen Explosionen auslösen. Warum stinkst du? Er dampft. Oh Gott. Das ist der reinste Terror hier. Das ist der reinste Terror. Ist das hoch genug oder gehe ich da? Wenn ich das versuche drauf. Hm. Das ist Fragile. Da darf man also auch nicht. Oh oh. Puh. Hm. Mal speichern. Weil ich hier schon bin. Woh. Okay. Hahaha. Hier fliegt alles in die Luft. Die ganze Basis. Ähm. Gut. Von da wäre ich wahrscheinlich normal gekommen. Das ist auch zu. Ja. Genau. Wir wollen sprinten. Auf jeden Fall. Hm. 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 Okay. Nehme ich schon mal. Oh oh. Okay. Jetzt. Hä? 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 Ah. I see. I see. Yes. Nice. 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 Pfff! So denn? Uh! Äh... Oh! Okay! Hm... Ah! Überzeugt mich nicht so ganz! Pff! 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 Uff! Ganz schön knappe Nummer hier. Du schießt hier von hinten mir in den Rücken, ne? Mann, 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 Mann! Leute, 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 Leute! Glaube die basis ist explodiert oben drüber? Oh, da ist ein Geschütz. Okay, okay, okay. Es geht wieder voran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin mal raus hier. Tschüss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, aber ich laufe hier einfach lachen. Oh Gott, okay. Was? Ein Schuss? Lol. Oh Gott. Na gut. Von hier bin ich gekommen. Er da oben wieder. Saftsack. Schneller bevor der Tank kommt. So, jetzt kommt ihr hier bestimmt auch gleich um die Ecke, wa? Okay, let's go. Sieht ein bisschen besser aus jetzt. Hi. Okay, ich werde Deckung gehen. Hm. Komm ich nicht rein. Schade. Ja, ja, schon klar. Nö. 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 Kann ich auf dich drauf hüpfen? Ja, 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 okay. Alles klar. Let's go. Wer kämpft hier noch? Wo geht's lang? Geht's hier lang? Geht auch nicht da lang. Hier ist geht's nicht auf. Was ist hier noch? Du mal aus dem Weg, du. Hallo? Okay, ich warte hier und helfe, wenn noch jemand vorbeikommt. Alles klar. Ab durch die Mitte. Im Weg rumstehen, ne? Kann ich ja gar nicht brauchen. Okay, hier ist nix. Hier ist auch nix. Da oben darf nur autorisiertes Personal. Und das bin ich offensichtlich nicht. Hm. Hier komm ich auch nicht hoch. Hier die Tür geht auch nicht auf. Die geht auch nicht auf. Äh, ich bin langsam, ich bin ein bisschen verwirrt. Was war, war hier hinten noch irgendwas? Nö. Heilung ist hier noch. Irgendwas grummelt da, aber von da unten bin ich gekommen. Da will ich nicht nochmal lang. Marius grüßt dich. Hi. Schön, dass du da bist. Hier lang? Ne, auch nicht. Hier wird auf jeden Fall noch viel rumgeballert, aber... Hä? Worum geht's in dem Game? Das ist Half-Life, Alter. Noch nie von Half-Life gehört? Eieieiei. Dann hast du was nachzuholen. Genauso wie ich. Ich hab's nie gespielt, aber ich kenn das Spiel zumindest. Noch nie gehört? Wirklich? Das ist... Das ist... Der Ursprung von Counter-Strike. Also aktuell, storymäßig, bin ich mir nicht so ganz sicher. Kann ich hier vielleicht was verschieben? Nee. Aber kann ich da... Komme ich da irgendwie drauf? Oh, warte. Ah, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Äh, als es rauskam, es kam... Wann kam es raus? 93? 98. 98 kam es raus. Ja, aber trotzdem... ...muss man doch davon gehört haben. Also, ähm... Das ist... Ich mein, also... Das ist Spielegeschichte. Das ist... Das ist Geschichte. Mit diesem Spiel wurde Valve gegründet und Steam ist damit entstanden und... Also, das ist... Allgemeinwissen tatsächlich, würde ich sagen. Wenn man ein bisschen... Sag mal, die Steuerung macht mich so wahnsinnig. Na, aber warum denn? Warum schubst der mich denn da jedes Mal runter? Ah, es ist unglaublich. Nicht wirklich an Shootern interessiert. Ja, gut, aber trotzdem... Ähm... Ist das ja... Danke. Mal. Noch vorsichtiger hätte ich nicht sein können, ne? Hey, aber... Ich hab den richtigen Weg gefunden. Woohoo! Oh Gott. Oh Gott. Diese Level. So, mach's Loch auf. Der stand die ganze Zeit vor der Tür, deswegen konnte ich die Tür nicht aufmachen. Scheint es... ...dass es da oben weiter geht und ich hab erstmal Schaden gekriegt. Ich war fast voll. No. Nee, hier geht's nicht weiter. Dann muss ich doch schauen, dass ich da in dieses Loch reinkomme. Da rein? Nee. Oh Mann, ey, das tat weh. Das war jetzt super unnötig. Ja, doch. Wahrscheinlich ist das hier... Muss ich da rein? Nee. Da sterbe ich doch. Da rein vielleicht. Das sieht schon eher so aus. Dass man hier oben nochmal starten kann. So. Und dann... ...geht's... ...hier... Oh je, oh je. Nee. Da runter. Nein. Ah, hier kann ich einfach darüber hüpfen. Guck mal. Die Steuerung macht mich so wahnsinnig, ne? Also die... Nicht die Steuerung. Wie sagt man denn dazu? Das... Die Geschwindigkeit, die Laufgeschwindigkeit und das Ganze... ...dieses Schwammige, dass du drückst und dann trotzdem noch zwei Meter weiterläufst und... Ach. Es ist übel. Das Movement. Ja, danke. Das Movement macht mich wahnsinnig in diesem Spiel. Es treibt mich in den Wahnsinn. Danke. So, jetzt hat's geklappt. Und... Ja. Ja. Das sieht doch gut aus. Das hier sieht schlecht aus. Ich speicher lieber mal. Ich hab keine Lust hier schon wieder sonst wo anzufangen. Ja, da geht's nämlich schon los. Oh Gott, Aliens. Da ist ein riesiges Geschütz. Ah, da haben wir jetzt das Tor geöffnet. Okay. Düdüd. Okay, das kann ich bedienen. Bringt mir aber rein gar nix. Uh, okay. Vielleicht bringt's mir ja doch was. Sehe nix. Habe ich euch erwischt oder seid ihr jetzt... Nein, ihr seid vorbeigerannt, ihr... ...Bazis. Wo rennt ihr denn hin? Kommt zurück! Ich kann keine rumstrauchelnden NPCs brauchen. Ey! Nicht abhauen! Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wo ich jetzt hin muss. Ah, da kommt der Nächste. Geht's hier auf? Nee. Muss das Tor öffnen. Wo kann ich dieses Tor öffnen? Nirgends. Hier geht nicht auf. Da oben ist noch eine Tür. Habe ich die probiert? Ja, ne? Bestimmt. Hahaha, wie die platzen. Juhu! Okay, ich konnte mit dem Geschütz die Tür aufsprechen. Nice. Ähm... Ja, dann mal weiter ins Loch rein. Los geht's. Alles ist gegen mich. Außer die Wissenschaftler und Timmy. Oh Gott. Nee, nicht cool. Was ist das hier? Ui! Wow! Okay, ich wusste nicht, dass es in Half-Life sowas gibt. Hört ihr auch aufzuspawnen? Nee, ne? Das ist jetzt hier so ein... Endlos-Spawn, oder wie? Ja, sieht ganz danach aus. Komm, schieb mich nach oben. Schieß mich doch nach oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, nee. Okay, Moment. Ich geh mal hier runter an das Geschütz. Waren das alle? Habe ich wahnsinnig meine Munition verschwendet, um die zu killen, ne? Ah, guck mal, da haben wir's geschafft. Wie der da oben hängt. Wie der da oben hängt. Oh Gott. Kümmert ihr euch mal untereinander um euch da unten. Und nicht um mich. Ich bin unwichtig. Ihr müsst nicht anfangen, beide Fraktionen auf mich zu ballern. Voll unnötig. Und alle, hopp. Da geht's sicherlich weiter. Was ist hier los? Warum? Ey, stopp. Nein. Nein, aus. Ein HP. Ich hab mit einem HP überlebt. Das geht schon die ganze Zeit so. Oh, Mann. Äh. Äh, stopp. Oh. Ah, nee, 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 nee. Jetzt hab ich hier einen Speicherpunkt. Ich hab hier einen Speicherpunkt. Ah, stopp. Danke. Da ist Leben. Das hab ich vorhin nicht gesehen. Hör. Tz. Ach, das Movement in diesem Spiel macht mich so wahnsinnig. Ach, egal. Egal. Fünf HP. Und da leben noch welche. Nee, 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 nee. Warum denn? Warum nein? Und ich spawne hier rein mit diesem, mit diesem Ding. Was dein PC repariert bekommen? Was war denn los mit deinem Computer? Ich schmeiß da oben jetzt ein C4 hin. Nein! Ich hab wieder nur einen HP! Was zum Teufel! Aber wieder crashed, ja. Viel Erfolg, dass es geklappt hat, hm? Wieso muss ich denn da rein? Habe ich irgendwas gegen diese kleinen Mistviecher, was mir mehr hilft als... Nee, leider nein. Mehrere Male am Tag. Ja, gut. Jetzt immer mich gefragt. Ich hab so was... Ich hab gelernt, so was zu fixen. Vielleicht hätte ich dir helfen können. Also, was ist eine Arschloch-Nummer? Mann, ey. Wie es mich aufregt. Komplett random. Ja, das würde ich aber nicht behaupten. Man findet immer irgendwas. Man findet immer irgendwas, wenn man weiß, wo man suchen muss. Kumpel von mir hat er letztens auch was. Okay, die explodieren nach einer Zeit. Sehr gut. Wo er auch dachte, er kann es nicht zuordnen und was weiß ich. Und ich hab's aber gefixt bekommen. Beziehungsweise, wir wissen, wo das Problem liegt. Gefixt ist es noch nicht. Aber es ist aktuell nicht mehr... Wir haben eine Lösung gefunden. So. Mit der jetzt der Computer aktuell wieder funktioniert. Aber wir sind noch auf der Suche danach, es komplett zu beheben. Also, der stürzt nicht mehr ab. Aber es fehlt noch eine Kleinigkeit. Was zum... Ihr wollt mich doch trollen. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Heiliger Strohsack. Ah, Festplatte. Klassiker. Ein Klassiker. Defekte Festplatten, ja. Ramm sind auch so ein Ding. Habe ich da unten die Heilung schon gefressen? Ich weiß nicht. Ich hab noch 11 HP. Mal gucken. Na, guck mal. Ich kann die Heilung hier noch nehmen. Das hilft mir natürlich jetzt ein bisschen. Dass ich die da oben nicht krieg, ist auch eine saumiese Nummer. Keine Ahnung warum. Kann ich das verschieben? Nee. Kann ich das verschieben? Ja. Ich brauch die Heilung. Tut mir leid, jetzt muss hier ein bisschen Tetris gespielt werden oder gebastelt werden. Zack. Danke. So. Hier geht jetzt gleich der Schacht kaputt. Sind sie explodierend? Muss ich nur den kleinen? Okay, der ist auch weg. Sehr gut. Oh Mann ey. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sind wir wieder ein bisschen mit mehr HP hier unterwegs. Hallo? Hallo? Ah. Okay, da komme ich aber jetzt nicht wieder hoch. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Will, glaube ich, wieder da oben rein. Oder? Nee, da bin ich ja nicht durchgekommen. Okay. 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 Oh Gott, okay. Dieses Movement von diesem Spiel treibt mich in den absoluten Wahnsinn. Warum konnte ich jetzt wieder nicht springen, ne? Nee, Quatsch, so. Kannst tausendmal auf Springen drücken. Warum sprintet er denn, wenn ich mich geduckt habe, kann ich plötzlich mit einem Tempo losrennen? Er wird schneller, wenn man sich duckt für einen kurzen Moment. Unglaublich. Ah! Oh, vielleicht sollte ich das Spiel auf 60 FPS beschränken oder so? Machen die 100 FPS hier Probleme? Ich weiß es nicht, dass das so schwammig ist und bewegt sich. Also wirklich. Wer das für eine gute Idee gehalten hat, weiß ich auch nicht. So, und jetzt? Das geht doch noch kaputt hier. Wow. Ich muss doch noch kaputt gehen. Da ist doch noch ein... Weiß nicht, wie ich weiterkomme. Das ist... Ich muss da oben lang. Aber... Kann ich das Auto fahren? Ne, das bringt auch nichts. Das... Also es sieht so aus, als könnte man da irgendwie rein, aber nicht so richtig. Was ist denn das hier? Oh, die Steuerung treibt mich sowas von in den Wahnsinn, Leute. Das Movement treibt mich in den Wahnsinn, nicht die Steuerung, das Movement. Ey, es tut mir leid, dass wir hier heute jetzt kein ganzes Level hinkriegen in der Folge, aber ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, es macht mich, ich dreh sonst durch, ich fang an, die Tastatur und die Maus in die Wand zu schmeißen. So sehr ärgert mich das Movement in diesem Spiel gerade. Es ist absolut zum Kotzen. Danke fürs Einschalten, schön, dass ihr da wart. Mann ey. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.